Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute mal wieder ein bisschen im anderen Format. Ich habe heute wieder Quartalszahlen für euch dabei. Das sind so ein bisschen die aktuellsten News. Und zwar haben wir hier heute die Quartalszahlen von Walmart, Home Depot, Sixt und Walt Disney. Die sind alle in den vergangenen Tagen passiert, also innerhalb der letzten Woche. Und deswegen wollte ich für euch heute hier das Update bringen. Ja, und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal zusammen an. Und ich würde sagen, wir starten hier direkt rein. Ja, und was vielleicht vorab, wenn euch natürlich mein Video um meinen Kanal gefällt, dann drückt doch unten gerne den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Immer auf dem Laufenden zu bleiben und natürlich auch immer gerne unten in die Kommentare schreiben, welche Aktien euch interessieren. Dann bringe ich auch hier die aktuellsten Analysen dazu. Heute mal aber wieder Thema Quartalszahlen. Und wie gesagt, Walmart, Home Depot, Walt Disney und Sixt. Ich denke, jedem von euch sind alle eigentlich ein Begriff. Home Depot, vielleicht die, die es nicht wissen, ist ja eigentlich einer der größten Baumärkte. Schon riesen Umsätze, das werden wir auch gleich sehen. Wir schauen uns auch immer so ein bisschen die geplanten Zahlen für die Zukunft an. Gehen auch auf den Chart weiter zusammen ein. Und schauen uns mal, wie gesagt, jetzt so die gemeldeten Quartalszahlen an. Und wie das Ganze auch hier abgewichen ist vom Markt. Ja, und dann würde ich sagen, wir springen direkt hier rein bei Walmart. Wir fangen mal ganz oben links an. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, zum 31.07.2022, also zum letzten Quartal, zum Halbjahresquartal, hatten wir hier eine positive Abweichung bei den Zahlen. Eine mittlere Schätzung ginge von 1,619 US-Dollar aus. Der tatsächliche Wert waren dann starke 1,77. Das ist eine Abweichung von 0,151 und entspricht ca. 9% positiver Abweichung. Und auch wenn wir uns die Umsatzerlöse anschauen zu Walmart, dann haben wir hier zum 31.07. einen tatsächlichen Wert von 152.800 Millionen, also 152,8 Milliarden, geschätzt wurden 150,9, auch hier ein Plus von 1,2%. Und dann springen wir auch direkt weiter und zwar hier nach unten. Also wenn ihr euch hier unten mal die Schätzungen anschaut, zum Ende nächsten Jahres sollen die Umsatzerlöse bereits bei 597,6 Milliarden liegen und 24,25 weiter ansteigen. Auch die Dividende soll eigentlich stetig gut bleiben. Dividendrendite haben wir ca. 1,6 bis 1,7%, natürlich auch je nach Einstiegskurs von euch. Und das Ergebnis hier, Aktie liegt bei 5,77 planmäßig. Also hier haben wir eine Ausschüttungsquote von ca. 50%, was immer noch sehr, sehr stark ist. Das heißt, Dividendenjäger kommen hier auf ihren Geschmack. Walmart, ein beständiges Unternehmen am Markt und sie wachsen trotzdem noch weiter. Und wenn wir jetzt hier rechts auch in den Chart zusammengehen, wie gesagt, ihr seht nochmal die Dividende, den Jahresverlauf. Wir stehen ein bisschen über dem Kurs von vor einem Jahr, aktuell bei 137,18 Euro, haben wir ein Minus von 0,55%. An sich sind die Zahlen aber sehr, sehr gut angekommen. Wir sehen es, es ist gerade einfach ein kleiner Knick wieder im Aufschwung. Wir stehen hier aber über der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich und auch über der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich, was ja auch immer sehr, sehr wichtig ist. Das sind mal so die wichtigsten Kennziffern, und das absolute Jahreshochlage bei 148,02. Walmart, beständiger Titel, mit Zukunft auf jeden Fall. Zahlt euch eine Dividende. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Walmart in eurem Depot drin habt. Und ich würde sagen, wir springen hier auch direkt weiter. Und das zu Home Depot. Auch hier möchte ich wieder oben links anfangen. Wir schauen uns mal das Quartal hier zum 31.07. an. Wir hatten eine mittlere Schätzung von ca. 4,948 US-Dollar. Der tatsächliche Wert war dann 5,05. Ist hier auch eine positive Abweichung von über 2%. Das Ganze ist sehr, sehr positiv am Markt oder beziehungsweise auch bei der Aktie von Home Depot angekommen. Schauen wir uns aber gleich genauer an. Auch die Umsatzerlöse waren positiv. Wir haben hier einen Plus von 0,9. Also knapp 1%, kann man sagen. Natürlich nicht gigantisch übertroffen, aber trotzdem sehr, sehr positiv, wenn es passiert. Und auch hier schauen wir uns die Schätzungen der nächsten Jahre an. Nächstes Jahr bereits bei 156,3 Milliarden. Dann bereits bei 160, 166. Aber ihr wisst, das ist immer die Glaskugel. Man kann nicht so weit in die Zukunft schauen. Ich sage mal, nächstes, übernächstes Jahr sind für mich Planungen. Ja, die gehören da in den Businessplan für mich rein. Es können aber immer Abweichungen entstehen. Es kann ja irgendwas passieren. Man weiß ja nicht, wie das aktuelle Marktgeschehen in den nächsten Jahren weitergeht. Aber auch die Dividende, und das ist einfach schön, der Home Depot ist ein richtig starker Dividendenwachstumstitel, muss man auch sagen. Ihr seht das Ganze. Nächstes Jahr soll die Dividende bereits bei 6,71 Dollar liegen, danach bei 7,29, 8,73. Also sie soll hier stetig gesteigert werden. Das natürlich auch hinterlegt, aber mit einem Ergebnis je Aktie von 16,51 Dollar. Das heißt, wir sprechen hier von einer Ausschüttungsquote von circa 40 Prozent. Und hier ist noch ganz, ganz viel Puffer nach oben. Gerade wenn das Unternehmen hier noch mehr verdient und auch das Ergebnis höher wird, wie ihr es hier unten seht, zumindest planmäßig, dann sind die Ausschüttungsquoten sehr, sehr gesund. Und das Ganze spricht für Dividendenanhebungen, beziehungsweise hat das Unternehmen mehr Luft, um die Dividende anzuheben. Auch hier mal gerne unten die Kommentare schreiben, ob ihr der Home Depot in eurem Depot habt. Ja, und dann schauen wir uns hier rechts natürlich auch noch den Chartverlauf an. Und ihr seht, wir sind so seit Juni, Juli hier ein bisschen aus dem Loch rausgekommen, aus dem absoluten Jahrestief. Von 254 Euro stehen jetzt wieder bei 323,10. Sind wieder über eine ganz wichtige Marke gekraxelt, und zwar über die 200-Tage-Linie hier im langfristigen Bereich. Sind auch über der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich. Also Charttechnisch schaut es gerade wieder deutlich besser aus. Schreibt mir, wie gesagt, unten mal in die Kommentare, falls ihr eingestiegen seid, zu welchem Punkt, ob ihr vielleicht monatlich bespart. Auch hier kommen ja immer jeden Monat Updates. Da wird jetzt in den nächsten Tagen ein Video entstehen. Ihr wisst ja, ich habe einen neuen Sparplan gestartet, möchte mit euch da sehr, sehr transparent umgehen. Die ersten Einbuchungen sind jetzt passiert zum 15.8. Also da auf jeden Fall dabei bleiben, wenn es euch interessiert. Und dann natürlich hier auch gerne mal das Abo aktivieren und auch die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Wird auf jeden Fall mega spannend. Dann springen wir auch schon direkt weiter, und zwar zu Walt Disney, beziehungsweise schauen wir uns hier das Ganze an. Von Sixt, Entschuldigung, hier oben rechts jetzt nur falsch eingeblendet. Wir sind bei Sixt aktuell. Oben links schauen wir uns hier das Ergebnis nochmal an. Wir haben eine mittlere Schätzung von 1,64 gehabt. Der tatsächliche Wert war richtig stark bei 1,99 und das ist eine Abweichung von plus 20%. Und auch die Umsatzerlöse haben eine Abweichung von plus 1,5%. Wenn wir uns unten mal auch die Schätzungen hier zu Sixt anschauen, dann haben wir hier stetig steigende Kurse. Jetzt ist auch dieser ganze Mietautomarkt rollt wieder an. Die Leute fahren wieder weg, nehmen sich Mietautos. Die ganzen Beschränkungen haben aufgehört und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, die hier mit reinspielt. Dieses Jahr planmäßig Umsatzerlöse bei 2,8 Milliarden. Nächstes Jahr bei 2,9. 3,2. Also schöne Steigerungen erwarten. Und auch wenn ihr euch die Dividende anschaut, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,5%, kann man hier auch ein bisschen was mitnehmen. Auch das Ergebnis hier. Aktie gibt das Ganze hier. Circa wieder 50% Ausschüttungsquote. Wie gesagt, an sich ein sehr, sehr solider Wert. Auch hier mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Sixt in eurem Depot habt. Wie gesagt, es tut mir leid, hier oben rechts jetzt nicht verwirren lassen von der Aktuell Walt Disney, sondern wir sind hier natürlich bei Sixt. Und wir schauen uns an, im Jahresverlauf hat man hier ein absolutes Hoch von 170,30. Wir stehen hier bei 113 Euro aktuell und sind ganz knapp noch über der 50-Tage-Linie, stehen aber im langfristigen Bereich unter der 200-Tage-Linie. Das wird die nächste starke Hürde. Aktuell hat aber der Kurs ein bisschen zu kämpfen an der 50-Tage-Linie. Ich denke, mit Grundlage der Zahlen sollte man hier drüber bleiben. Und wie gesagt, sollte das Ganze auch nach oben abprallen, dann steht der nächste Widerstand an der 200-Tage-Linie. Nach unten könnte es dann auch mal gehen, falls es wirklich nach unten durchbrochen wird, bis zu 97 Euro. Das ist hier das absolute Jahrestief. Das mal so zu den wichtigsten Zahlen. Hier ist natürlich umgekehrt. Oben rechts sollte hier Walt Disney stehen. Hier auch nochmal großes Sorry. Wir gehen jetzt aber mal wieder direkt auf die Zahlen ein. Und zwar schauen wir uns oben links an. Hier das Ergebnis der Aktie zu Walt Disney. Wir haben einen tatsächlichen Wert von 1,09 US-Dollar. Die Schätzung lag bei 0,9. Auch hier ein Plus von 12% bei Walt Disney. Und auch die Umsatzerlöse haben eine Abweichung von 2,4% positiv. Hat richtig, richtig was bewirkt im Kurs. Schauen wir uns rechts gleich zusammen an. Aber erstmal wieder zu den Schätzungen. Dieses Jahr sind geplante Umsatzerlöse bei 84,4 Milliarden. Nächstes Jahr bereits bei 94,1 und 2024 bei 101,3 Milliarden. Auch die Dividende soll rasant weiter anwachsen. Von dieses Jahr 0,26 US-Dollar auf nächstes Jahr 0,88. 2024 bereits bei 2 US-Dollar. Also hier ist eine rasante Steigerung geplant. Allein wenn man sich das anschaut, wäre das eine Steigerung von 2022 auf 2024 vom 10-fachen, wenn wir es jetzt zu Stand heute sehen. Und das wäre natürlich eine gigantische Dividendensteigerung bzw. ein Wachstum von heute angesehen. Auch das Ergebnis der Aktie gibt das Ganze her. Wir haben hier 3,84 geplant. Nächstes Jahr 5,41. Also hier schaut es für die nächsten Jahre eigentlich wieder recht rosig aus. Zumindest nach den planmäßigen Zahlen. Und wenn wir jetzt mal hier rechts wieder in den Chart reinspringen, stehen wir aktuell bei 122,44 Euro. Haben es hier geschafft, über die 200-Tage-Linie zu kommen und stehen auch weiterhin über der 50-Tage-Linie im kurzfristigen Bereich. Ja, wie gesagt, Chart schaut seit dem Verlaufstief hier bei 87,79 wieder sehr, sehr stark aus. Wir haben einen absoluten Aufschwung wieder gehabt. Vorher hatten wir wirklich so ein paar Treiber, die das Ganze nach, ja, den Kurs nach unten getrieben haben. Ihr seht wirklich hier, wenn ihr euch das anschaut, die Entwicklung ganz stark nach unten. Hier ist der Kurs aber dann abgeprallt und nachdem man die 50-Tage-Linie passieren konnte, ging es hier eigentlich weiter vorwärts. Und auch hier bitte unten in die Kommentare schreiben, ob ihr Walt Disney in eurem Depot habt. Würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mir unten in die Kommentare schreibt, was ihr dazu sagt, wie vielleicht ihr euer Depot auch aufgebaut habt und was euch brennend interessiert. Und da komme ich auch schon zu meinem nächsten Punkt. Welche Aktien wünscht ihr euch in Zukunft? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich versuche das so gut wie möglich zu berücksichtigen in meinen nächsten Videos. Ich mache ja auch immer jetzt ganz transparente Videos für euch, wie gesagt, auch zum eigenen Depot. Hier kommt das Update. Also da bitte, bitte auf jeden Fall dabei bleiben. Und wir schauen uns natürlich immer spannende oder ich schaue mir immer spannende neue Themen und auch Aktien für euch an. Es soll ja wirklich relativ ein reiner Aktienkanal bleiben. Ich bringe für euch die regelmäßigen Quartalszahlen zu den wichtigsten Unternehmen. Wir schauen uns auch mal die besten Dividenden- und Wachstumsaktien an. Also hier ist ganz, ganz viel geplant. Auf jeden Fall einschalten. Und ja, an dieser Stelle kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn euch jetzt mein Video und der Kanal auch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um mich zu unterstützen. Würde mich hier mega freuen an dieser Stelle. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!